Servus, mein Name ist Klaus Ober, Generalvertreter der Allianz seit 1991 in zweiter Generation. Sie sind bei uns an der richtigen Stelle, von der individuellen Baufinanzierung über Krankenversicherung, gesicherte Altersvorsorge bis zur Geldanlage. Wir hören Ihnen zu und erstellen Ihnen Ihr persönliches Versicherungs- und Vorsorgekonzept. Im Privat- wie auch im Firmenbereich stehen Ihnen mein Team und ich mit unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung zur Seite. Unser umfassender Betreuungsservice wird auch Sie überzeugen. Schauen Sie einfach bei uns vorbei.